Hey Leute, in diesem Video für erstmal was du tun kannst, wenn deine Daunenjacke verklumpt ist, weil du deine Steppjacke zuvor vielleicht sogar falsch gewaschen hast. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Daunen sind wirklich sehr empfindlich und da gibt es einige Dinge beim Reinigen zu beachten, die man natürlich meistens dann erst nachliest, wenn das Ganze schon schief gelaufen ist. Und die beste Methode, dass wir unsere Daunenjacke jetzt wieder irgendwie retten können, ist übrigens die, dass wir unsere Jacke auf jeden Fall nochmal von Grund auf richtig reinigen und vor allem auch richtig trocknen. Denn meistens ist das Problem, dass zum Beispiel noch ein falsches Waschmittel in den Daunen drinnen steckt oder dass diese von innen heraus einfach nicht richtig trocknen konnten. Deswegen am besten erst einmal im Pflegeetikett der Jacke nachschauen. Da steht nämlich drin, wie wir das Ganze waschen und auch trocknen dürfen. In meinem Fall können wir hier auf der linken Seite eine 30 und zwei Striche darunter erkennen. Bedeutet, wir dürfen sie bei 30 Grad waschen ohne schleudern bzw. nur ganz wenig schleudern. Und dieser Punkt bei unserem Wäschetrockner bedeutet, dass wir unsere Jacke auch schonend im Wäschetrockner trocknen dürfen. Das Pflegeetikett schaut bei den meisten Daunenjacken übrigens relativ gleich aus. Und danach sollten wir erst einmal bei der Jacke auf jeden Fall alle Reißverschlüsse bzw. auch Knöpfe schließen. Und dann gebe ich mal meine Hand in den Ärmel hinein und kann nämlich die Jacke ganz einfach auf links umdrehen. Das ist nämlich noch einmal deutlich schonender für unsere Jacke. Im nächsten Schritt gebe ich sie ohne andere Wäsche in meine Trommel hinein, damit sie auch auf jeden Fall genug Platz hat. Kann natürlich die Waschmaschine schließen. Stelle einen schonenden Waschgang wie zum Beispiel Wolle 30 Grad einschaue, dass ich wie gesagt beim Schleudern auch runtergehe. In meinem Fall kann ich auch ohne Schleudern auswählen. 400 Umdrehungen in der Minute wären übrigens auch noch voll okay. Und dann müssen wir natürlich auch noch das richtige Waschmittel einlegen. Hierfür bitte keinen Weichspüler verwenden und wir sollten auch nur ein spezielles Daunenwaschmittel benutzen. Da normales Waschmittel die Jacke zwar auch säubern würde, jedoch würde diese auf jeden Fall an Volumen und auch an Wärmeleistung verlieren. Deswegen mal nach den Herstellerangaben einfach entsprechend das Waschmittel in unsere Waschmaschine hineingeben. Als nächstes unsere Schublade schließen und wir können auch schon starten. Unser erster Waschvorgang ist fertig und jetzt geht es einfach darum, dass wir mal noch das restliche Waschmittel aus unserer Jacke bzw. aus den Daunen rausbekommen. Deswegen dieses Mal keine Zusätze in die Waschmaschine hineingeben und am besten dasselbe Programm noch einmal durchlaufen lassen. Unser zweiter Waschvorgang ist somit auch schon fertig und jetzt geht es einfach darum, dass wir diese Jacke natürlich auch noch richtig trocknen müssen. Da gibt es leider nur eine Möglichkeit und zwar benötigen wir einen Trockner. Wenn du also kein Zuhause hast, am besten einfach mal bei Freunden nachfragen, die so einen Trockner besitzen. Dann würden wir jetzt unsere Jacke einfach nur an der Luft, zum Beispiel Luft trocknen lassen. Dann haben wir das Problem, dass wir das Volumen nicht mehr in diese Daunen hineinbekommen und machen unsere Jacke somit auch schlimmstenfalls kaputt. Im Trockner haben wir den Vorteil, das Ganze wird jetzt gleich noch etwas aufgewirbelt und somit bekommt die Jacke auch wieder ihr Volumen zurück. Ich gebe die Jacke also an meinen Trockner hinein und schmeiße jetzt aber zusätzlich auch noch am besten drei nicht abfärbende Tennisbälle hinein. Da gibt es übrigens auch noch spezielle Trocknerbälle, die könnten wir natürlich auch hineingeben. Und das mit den Tennisbällen steht sogar im Pflegeetikett von unserer Jacke mit drin, dass dadurch nämlich das Volumen der Daunen noch einmal besser aufgebaut wird. Im nächsten Schritt also die Tür einmal schließen, den Trockner auf einen schonenden Trocknergang stellen. In meinem Fall ist das übrigens hier unten bei Mischgewebe etwas schonender als Baumwolle. Und dann kann ich auch einmal das Programm ganz normal starten. Die Zeit ist rum und meine Jacke ist aber immer noch leicht feucht, weswegen ich diese auf jeden Fall nochmal in den Trockner hineingebe, die Türe schließe und dasselbe Programm noch einmal durchlaufen lasse. Der zweite Trocknervorgang ist beendet und jetzt fühlt sich das Ganze auf jeden Fall schon wieder trockener an, weswegen ich die Jacke mal rausnehmen kann. Dann am besten einfach mal noch etwas ausschütteln und danach ganz einfach mit so einem Kleiderbügel hier aufhängen. Falls deine Daunenjacke komplett trocken ist, aber trotzdem noch irgendwo Klumpen vorhanden sind, dann Jacke am besten einmal auf eine glatte Oberfläche nehmen, einen Holzstab zur Hand nehmen, beziehungsweise in meinem Fall habe ich einfach mal so ein rundes Oberteil von einem Besen genommen und damit können wir jetzt nämlich schauen, dass wir die Daunen einfach einmal ordentlich auseinander klopfen, beziehungsweise natürlich an die Stelle, wo wir die Daunen auch haben möchten. Und somit haben wir auch so eine verklumpte Daunenjacke jetzt schon wieder gerettet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Tennisbälle, Trocknerbälle oder natürlich auch ein spezielles Daunenwaschmittel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.